Oh nein... Hallo liebe Leute! Ich versuche immer noch dieses Schiefen mit der Hexe freizuschalten, dass ich... quasi zwei Pips hole und... ähm... nur mit drei Perks, obwohl ich jetzt vier habe weil ich glaube ich kann es noch schaffen, solange ich Ruin hab Wenn Ruin genervt wird hab ich das Gefühl, dass das vielleicht nicht mehr klappt und das sieht aus wie nach einem Vier-Mann... wie ein Vier-Mann-Team beziehungsweise ein Jeff, ein David, eine Kate und eine Meg Ah, das wird nicht leicht Ich hatte eigentlich sehr gute Spiele mit der Hexe zuletzt, aber... ich wünschte jemand würde Partyluftschlangen oder so machen, damit ich mehr Blutpunkte kriege Ich kann das leider nicht, ich bin Killer Ich glaube jedenfalls nicht, dass Killer das können Ich habe nie diese Opfergabe bei einem Killer gesehen Es ist jetzt glaube ich der fünfte Anlauf, den ich schon unternehme, um... um das endlich zu schaffen und ich hatte schon einige Spiele gerade mal gemacht, jetzt ohne... wo ich nicht die Hexe gespielt habe Ohne Ruin halt Das ist absolut schrecklich, ich finde, ich finde es... Ich kann es nicht verstehen, dass sie das nerven Ganz ehrlich Was gibt's denn jetzt noch um Generatoren? Damit Generatoren nicht so schnell gebaut werden Tanatophobia oder was? Ich weiß nicht Ich habe auch übrigens schon überlegt, was der nächste Killer... Oh nein Das ist ne riesige Map Das ist schlecht für die Hexe Wir werden sehen Ich weiß nicht, ob das die beste... Also das ist wahrscheinlich nicht so gut platziert Aber wir gehen vor der Plette Ich weiß nicht, wo hin ist Ich weiß nicht, wo hin ist Oh, hi Fit Okay Wie wird das? Okay, ja Nice Die eine Ist die andere Seite gelaufen? Oh nein, man ru... Nein, die da nicht Andere Sachen sind weg Bläuft einfach nur weg Bläuft einfach nur weg Ist das Ruintotem? Sehr wichtig Das ist ein bisschen beschützen Meine Fresse ist der... Es geht trotzdem so schnell, ne? Das ist Wahnsinn Keine gute Map So So Hätte... Hätte so anders die... Ein bisschen machen sollen Es wird sein, dass sie jetzt mal ein Ruin finden Nice Ich brauche zu lange, um sie zu schnappen Okay Jetzt, aber es hat schon sehr lang gedauert Das wird auf jeden Fall nichts, diese Runde Leider Ziemlich sicher Okay, ich versuche vielleicht das Gebiet einfach um den Haken bis hier... So ein bisschen abzusichern So ein bisschen abzusichern Das ist eigentlich ganz gut abgesichert Tatsächlich, glaube ich Tatsächlich, glaube ich Hmm Hmm Warum hat das nicht gegrabt? Das verstehe ich nicht so ganz Leider habe ich nur einen David gesehen und beim Rest war ich mir nicht sicher Sind Oh, shit Oh, shit Einerwischt Schauen wir mal, wie es mit dem Rest ist Gutes Ruin noch, äh, da ist Hmm Hm... Das sind bessere Teams als ich sonst begegne Oh Hab ich da nicht jemanden gesehen? Vielleicht auch nicht Shit Ah Wir brauchen das ein bisschen Die mit Ruinen das so schnell gemacht haben trotzdem die ganze Zeit Wahnsinn Wollen wir nicht gehen? Wollen wir nicht gehen? Okay Ah da war auch noch eine Ah shit Ich habe wenigstens einen Hit bekommen Besetzen wir Die Blätter lassen wir jetzt erst stehen Mal gucken, was haben wir denn noch Komisch, es sah schon so aus, als ob ich durch die Palette durch war Ziemlich seltsam Okay Ja, ich werde zwar das Ich werde es nicht bekommen, aber Okay Ne, bringen wir sie hier auf den Haken Ich wollte echt gucken, wo der Keller ist Aber auf der Map bin ich ein bisschen ratlos Muss ich zu geben Ist der im Haus? Wieder er Ah 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 Zu irgendeinem Generator von den dreien hier gehen Er zu denen da hinten Ich habe mich gesehen Ich habe mich gesehen Oh Du bist ganz kurz stecken geblieben, was dann tot war Beziehungsweise dein Down war Direkt neben dem Haken ist nicht schlecht Ah, ist aber tot Ich werde ihn wegziehen sollen, meine ich Ich werde ihn wegziehen sollen, meine ich Ich werde ihn wegziehen sollen, meine ich Oh Oh Okay, sehr schön Oh, ich habe so Glück, dass die meinen Ruin nicht gefunden haben bis jetzt Mein Fresse Ah, ist der weit weg Ah, es geht Ist sie tot? Nee Nee Oh mein Gott Das ist ganz schön viel Arbeit dieses Match, ganz ehrlich Ich habe das Gefühl, ich habe die alle schon sehr oft auf Oh, hier ist das Ruin weg Sehr oft aufgehangen Oh mein Gott Können nicht weit sein, die sind weggekrochen Ja Jetzt Ähm, mal gucken Oh Oh ja, der Haken ist sabotiert Okay Ähm Schaff ich's da hinten hin? Ich weiß nicht Könnte schon sehr schwer sein Ich glaube ich schaff's nicht, nee Oh Mann Hat er verletzt? Besser So Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Haken in der Nähe ist Das ist mein Problem Meine Fresse, ey Okay, da ist einer zum Glück Meine Güte, ey Der war auch noch nicht auf dem Haken Komm, gleich dich aufheben Okay 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 Oh Dann, in dem Fall Ich muss zum anderen Tor, wenn ich, äh Wenn ich alle kriegen möchte Ich muss zumindest eine Falle entstellen Oh shit Okay Jetzt weiß ich wenigstens, dass sie zusammen sind Das wird schwer Oh, nice Nice job Ich weiß nicht, wo er ist Keinen schon mal, wo er ist Aber 2pip kann ich mir schon mal sparen, jetzt wo ich Oh mein Gott, das schaffe ich niemals rechtzeitig hin Oh Oh Er ist weggerannt Oh Gott Jetzt kriege ich ihn Noch noch Glaube ich jetzt Ah, nee, kriege ich nicht Nee Er ist weg Ja, Gratulation, gut gemacht Jetzt war echt War echt nicht leicht, man Wenn man das nicht geschafft hat War eine sehr große Map GG War bleibt Ich hab einen Fib willkommen Einer war erheblich mittel über mir und der Rest nicht so ganz Nur so ein bisschen Ah, die Map war so riesig Das wäre eigentlich ein richtig gutes Match gewesen, wenn ich noch die Opfer noch gehabt hätte, die nötigen Bei mir ist eigentlich richtig Spaß gemacht Ich weiß nicht, ob ich es weiter versuchen soll Ich versuch's weiter, okay Also, bis zum nächsten Mal Leute Okay, liebe Leute Wir haben eine weitere Lobby gefunden Mit einem Dreier Mit einer Dreigruppe und der Kate Ähm Ja Die letzten Die letzte Partie lief nicht ganz so erfolgreich leider Wir haben jetzt, äh Plus 25% Bonus Blutpunkt in allen Kategorien Vielleicht hilft uns das ein bisschen Wir haben immer noch die Fähigkeit, leicht die Entfernung zu erhöhen Ich meine, ich könnte auch noch bessere anmachen, aber ich glaube, ich bin eigentlich schon ganz zufrieden mit den Addons Ich möchte irgendwie, ich bin so ein bisschen wie ein Ich weiß nicht, wie jemand, der das die ganze Zeit immer so anhamstert All die Sachen, die er hat und die nicht so schnell ausgeben möchte Vielleicht ein Fehler Ähm Ja Das ist jetzt der sechste Versuch Für diese Challenge Gott, ich bin ja besessen Aber mir haben die Spiele auch dann immer eigentlich Spaß gemacht, also Ja Meiste Zeit Ich glaube, eins hat mir nicht so viel Spaß gemacht, wenn ich mich richtig erinnere Da ist irgendwas, was nicht angezeigt wird Ich weiß nicht, was bei Überlebenden nicht angezeigt wird Bei Killer weiß ich, dass es meistens so Moeys sind Kommt so ein bisschen auf die Map an auch Eigentlich, ich war auch grad kurz davor mit, äh, in der letzten Partie auf, ähm, bei dieser Schneemap Ähm, alle zu töten, es hat nur noch ein bisschen gefehlt Vielleicht hätte ich den David aufhängen sollen, ich weiß nicht Ich bin ein bisschen schiss, dass der andere Einfach nicht mehr retten kommt, oder so Und dann raus ist Ich wollte halt beide schnappen, ich war ein bisschen greedy Ich weiß nicht Weiß, hätte ich einfach aufhängen sollen, wer weiß Bin ich mal gespannt, welche Map wir erwischen und dann Vielleicht Wird das so ein bisschen entscheiden, ob wir's schaffen oder nicht Falls das Spiel dann startet Es ist nämlich grad Es dauert ein bisschen länger als gewöhnlich, hab ich das Gefühl Ich bin mir nicht sicher Wenn das Spiel das macht Könnte es sein Dass ich das Spiel starte und dann ist es Quasi auch abbricht Gleich Wenn das so lang braucht, ist das nämlich häufig so So Okay, wir schauen MacMillion Okay Marken-Map, zumindest Schauen Letztlich machen wir einen Generator hin Einen in diesen Ausgang Ledig Die Varte ist, um runter zu springen, dann bist du weg Ja, überall Berge Okay. Shit. Rüh. Jetzt. Okay. Gehen wir sie mal auf. Kann ich sie da hinschaffen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du bist nur riskant. Es wäre riesig, wenn ich es schaffe. Nein! Ich war zu greedy. Shit. Okay. Ich will das Spiel ein bisschen. Und Ruin ist weg. Shit! Das wird nix. Wahrscheinlich. Wettet sie, damit jemand anderes rettet? Sie rettet selbst. Oder sie wollte zumindest. Ich will das. Hm. Könnte echt sein, dass mir da einige fallen fehlen. Nein, nein. AHHHHH Widosp W- 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 Da müssen wir Fallen platzieren. Okay, jetzt in den Keller. Das könnte riesig sein. Das könnte riesig sein. Wenn sehen. Leider hatte ich noch keine Zeit, einen Falle zu platzieren. Ich hätte eigentlich keine Zeit für den Killer gehabt. Da was zu machen. Ach ja, die ist ja auch tot. Okay. Guck mal, das Haus ein bisschen abzusichern. Oh man, diese CC ist nervig. Toll, weißt du, denn... So kann ich es auf keinen Fall schaffen. Es ist unmöglich, 2pip zu schaffen. Oh. Oh. Okay. Nervig. War noch ein Totem von mir? Wahrscheinlich... Ging's, was dann, wenn ich halt tief ist. Oh man. Nervt. Ja, praktisch die Runde gewonnen und trotzdem verloren, weil einer halt nichts des Dings gemacht hat. Ich hätte sie noch nicht auffangen sollen. Ich hätte einfach warten sollen. Ja, jetzt habe ich wiederum beim herziger Killer ganz toll. 3000 Punkte. Mhm. In der Kategorie. Und in der Opfer-Kategorie 5000. Gerade so einen Pip geschafft, ja. Klar. Okay. Ähm. Der nächste Versuch ist der siebte. Ich würde sagen... Also ich lasse euch mal kommentieren. Also beziehungsweise ich würde ganz gerne eure Meinung dazu wissen, ob ich das weiter versuchen soll. Aber ich würde auf jeden Fall noch einen siebten Versuch machen. Und beim siebten... Möchte ich vielleicht einfach eine Pause und spiele einfach ganz normal weiter. Und versuche es ein andern Mal dann. Aber ich würde ganz gerne eure Meinung dazu wissen. Naja. GD.